Das Samsung Galaxy Note 8 ist für mich ein gelungener Nachfolger. Einen Kurztest seht ihr hier. Im Inneren der Box befindet sich das Note 8 gemeinsam mit dem S-Pen, ein USB-C Kabel, ein Netzteil für Adaptive Fast Charging, so einiges an Literatur als Abendlektüre, ein SIM-Tool und auch In-Ear-Kopfhörer mit AKG-Branding, aufgrund der Kooperation bei der Firma. Diese kommen mit zusätzlichen Aufholstern in verschiedenen Größen. So weit, so gut. Aber es gibt noch einiges an Zubehör, was man sonst nicht häufig findet. Zum Beispiel ein USB-A zu USB-C und ein Micro-USB zu USB-C Adapter. Diese sind nicht nur zu Kompatibilitätszwecken da, sondern auch für die Smart Switch App, um zwei Smartphones per Kabel miteinander zu verbinden und Daten vom alten zum neuen Gerät zu übertragen. Per Wi-Fi geht es aber auch. Eine Pinzette hilft dabei, die S-Band-Spitze zu entfernen und mit einem der fünf Ersatzstiftspitzen, die in zwei unterschiedlichen Typen kommen, zu ersetzen. Der Rest ist Verpackungsmaterial. Das Samsung Galaxy Note 8 kommt mit einer Dual-OIS-Dual-Kamera. Die Kamera ist super und Samsung baut die besten Point-and-Shoots. Wie bei fast allen Smartphones sind Fotos bei gutem Licht beeindruckend. HDR funktioniert gut und ist natürlich. Herausfordernde Gegenlichtaufnahmen sind detailreich. Die Qualität beider Sensoren ist gleichfertig. Hier sieht man ohne Zoom den zweifachen, fünffachen und zehnfachen Zoom, welcher besser ist als bei den meisten Geräten. Live-Focus lässt euch die Unschärfe auch nach dem Foto einstellen. Auf dem Gerät selbst sieht es gut aus, aber am PC ist es etwas anders. Es führt zu weniger Details und schlimmer wird es im Low-Light. Das ist nur wichtig, wenn ihr die Bilder ausdrucken wollt. Die Farbe Rot ist oft auch etwas übersättigt. Wenn man sich mit dem manuellen Modus Zeit nimmt, kann man super Nachtaufnahmen erreichen. Ein bisschen enttäuscht sind wir von der Selfie-Kamera. Die Leute in der ersten Reihe sehen zwar gut aus, aber die Leute in der zweiten Reihe sind oft nicht im Fokus. Für einen tiefen Schärfeffekt ist das super, aber nichts, wenn alle im Foto gut aussehen wollen. Im Videobereich ist das Note 8 Spitzenklasse. Insgesamt bekommt das Note 8 Top-Bewertungen für den schnellen Dual-Pixel-Autofokus, super schnelle Verschlusszeit und die Fähigkeit, tolle Fotos mit wenig Aufwand aufzunehmen. Der Fingerprint-Sensor ist für Rechtshänder leichter ertastbar und der Tausch von Kamera und Pulsmesser-Position schont die Kamera vor Fingerabdrücken. Der S-Pen wird im Gehäuse untergebracht. Dieser verleitet einen wirklich dazu, produktiv und kreativ zu sein. Hier zeige ich euch einige interessante Funktionen. Man kann jetzt nicht nur auf dem Always-On-Display Notizen erstellen, sondern bearbeiten. Bis zu 100 Seiten lassen sich erstellen und abspeichern. Diese kann man auch auf dem Always-On-Display für Erinnerungen anpinnen oder später daran weiterarbeiten. Sobald man den S-Pen aus dem Gehäuse rausholt, öffnet sich ein Kreismenü. Dieses kann man auch durch das Antippen auf das Stift-Symbol oder durch Drücken der Taste an dem S-Pen, ohne das Display zu berühren, öffnen. Mit Smart Select kann man einen Bildausschnitt wählen und diesen entweder irgendwo anpinnen, bearbeiten, den Textauszug rauslesen, PNGs mit Transparenz und sogar einfach GIFs erstellen. Screenshot-Notizen sind natürlich auch möglich. GIFs gehen auch mit der Live-Nachricht-Funktion zum direkten Versenden oder Teilen. Mit der Überblicken-Funktion befördert ihr eine aktive App, verkleinert in eine Ecke und durch das Drüberschweben kann man dieses kurzzeitig wieder vergrößern. Mit der Malen-App öffnet sich PenUp. Hier kann man eine große Auswahl an Ausmalbildern entweder frei Hand ausmalen oder mit dem Füllwerkzeug ausfüllen lassen. Die übersetzten Funktion lässt euch zwei Sprachen auswählen und durch das Schweben über Wörter diese live übersetzen. Eine Internetverbindung wird vorausgesetzt. Das waren einige ausgewählte Funktionen. Natürlich war das noch nicht alles. Das 6,3 Zoll Super-Amulett-Display im Kino-Format lässt das Note 8 wie ein 5,5 Zoll-Gerät auf der Hand wirken. Es ist wunderschön mit satten Farben, tollem Kontrast und super Reaktionszeit. Bei Fotos muss man nur aufpassen, dass diese auf anderen Displays etwas anders aussehen. Die Performance ist weiterhin eine der besten und das Note 8 bewältigt jede Aufgabe und jedes Spiel. Mit 6 GB RAM ist es dabei relativ zukunftssicher. Die 64 GB Speicher sind erweiterbar, wobei man in der Duos-Version zwischen zweiter Sim und MicroSD entscheiden muss. Der Akku ist mit 3300 mAh kleiner geraten als beim S8+. Der durchschnittliche Nutzer kommt gut durch den Tag und auch bei intensiver Nutzung erreicht man relativ gute Werte. Bis auf den kleineren Akku ist das Note 8 für mich eine perfektere Version des S8 Plus und Note 7. Und mir persönlich gefällt es wirklich sehr, weil man sehr gut damit arbeiten kann und weil es für mich eines der schönsten Geräte ist. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, ansonsten ist der Dislike-Button direkt daneben. Abonniert auch den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen, mein Name ist Ömit für MobileGeeks.